Liebes Wunder Florian Silbereisen und Beatrice Egli schenken dem Publikum ewige Liebe Florian Silbereisen ist ein Typ mit hübschem Gesicht und warmer Stimme, ein berühmter Sänger, der von vielen Menschen geliebt wird. Weil er bis jetzt so leidenschaftlich singt, hat er immer noch keine Freundin, seine Familie drängt ihn, aber Florian Silbereisen sagt immer noch nichts. Florian Silbereisens Vater und Annas Vater sind zwei enge Freunde, beide berühmte Immobiliengeschäftsführer, die für Florian Silbereisen und Anna eine Besichtigung in einem Fünf-Sterne-Restaurant arrangierten. In dem Wissen, dass Anna ihre beste Freundin Beatrice Egli gefragt hat und ihre beste Freundin gebeten hat, ihr für sie in die Augen zu schauen. Zuerst war Beatrice Egli nicht einverstanden, aber weil ihre beste Freundin einen Liebhaber hatte, erklärte sich Beatrice Egli bereit, Anna dieses Mal zu helfen, ihre Augen zu sehen. Da Beatrice Egli nur eine kleine Büroangestellte ist, hat Anna ihre Einkäufe und der Make-up für dieses Treffen übernommen. Beatrice Egli ist dieses Mal ein bekanntes, rustikales Mädchen, das Make-up trägt, an das sie sich nicht gewöhnt. Als sie zu dem Beat kam, fand sie heraus, dass das Treffen ihrer Freundin dieses Mal mit einem berühmten Star stattfand. Als sie sich zum Treffen mit Florian Silbereisen an den Tisch setzte, stellte sich Florian Silbereisen vor und sagte, er habe kein Interesse an ihr und komme nur, wie sein Vater es gesagt habe. Dann bestellten die beiden zusammen Essen und aßen höflich zusammen. Laut ihrer besten Freundin versuchte sie, sich wie ein Playboy zu benehmen, gemein, frech, sexy, sexy, damit er sie hasste. Doch diese Aktionen wurden von Florian Silbereisen durchschaut, er sagte aber nichts und ließ sie agieren. Am Ende der Besichtigung begrüßte Beatrice Egli Florian Silbereisen und rechnete nicht damit, ihn wiederzusehen. Aber sie wusste nicht, dass es diese Aktionen waren, die Florian Silbereisen dazu brachten, sich für sie zu interessieren und wollte sie besser kennenlernen. Florian Silbereisen sagte den Ermittlern über dieses Mädchen, dass sie die falsche Anna sei, stattdessen sei sie ein einfaches, würdevolles, gutmütiges und gutherziges Mädchen. Die Wahrheit wissend, war Florian Silbereisen nicht böse und interessierte sich mehr für dieses Mädchen. Als Beatrice Egli und Anna ins Einkaufszentrum gingen, sahen sie Florian Silbereisen, aber Beatrice Egli entschied sich dafür, wegzulaufen und hatte Angst, ihm gegenüber zu treten. Florian Silbereisen sah sie und jagte ihn hinterher, verriet immer noch nicht die Wahrheit, ließ sie aber trotzdem vor sich hin agieren, er lud sie zum Essen ein.